Hallöchen ihr Lieben! Schön, dass ihr wieder zu mir gefunden habt. Heute gibt es bei mir einen trendigen Snack, der auch noch lecker und gesund ist. Nämlich das sind die Zucchini-Tala. Es lohnt sich also dabei zu bleiben. Und los geht's! Für den heutigen Snack benötigen wir folgendes. Gerieben Käse, ich habe Gouda genommen, Schmand, eine Zucchini, zwei Würstchen, Lauchzwiebel, zwei Eier, Petersilie, zwei Knoblauchzeh, Pfeffer und Salz und ich benötige auch Öl zum Anbraten. Unser erster Schritt wird es sein die Zucchini vorzubereiten und im zweiten die Füllung. Nachdem ich die Zucchini gewaschen und abgetrocknet habe, schneide ich sie in relativ dünne Scheiben. Erstmal vorne und hinten ab. Und die Scheiben sollten etwa 1 cm dick sein. Nun hölle ich die Scheiben aus, so dass wir später dann unsere Füllung reingeben können. Das habe ich jetzt erledigt und bevor wir mit der Füllung anfangen, dann muss es mal ein bisschen Schniebelarbeit erledigt werden. Die Würstchen halbiere ich links. Und dann nochmal, dann müssen die Stücke relativ klein sein. Von der Frühlingszwiebel habe ich nur das Grüne genommen und das wird auch richtig klein geschnitten. Jetzt sind wir soweit die Füllung zu kreieren. Ich habe in eine Schüssel die geschnittenen Sachen gegeben. Die Wurst, Petersilie und Lauchzwiebel. Jetzt kommt noch der gerieben Käse noch hinein. Den Schmarrn gebe ich hinzu. Dann die zwei Eier noch. Die Knoblauchzehen presse ich auch noch rein. Und Salz und Pfeffer noch zum Schluss. Jetzt habe ich alles gemischt und verrühre es um. Jetzt ist es soweit. Jetzt kommt die Pfanne ins Spiel, um die Snacks anzubraten. Und ich gebe Rapsöl in die Pfanne. Wenn das Öl heiß ist, dann gebe ich die Zucchini-Ringe rein. Und jetzt kommt die Füllung rein. Die werden erst gedreht, die Zucchini, wenn die andere Seite richtig fest ist. Und ich drehe das nur einmal. Jetzt drehe ich die Zucchini vorsichtig. Ah, sieht schon gut aus. Ist ein bisschen Ei übergelaufen. Aber das ist nicht schlimm. Jetzt richte ich noch die Zucchini mit Dip an. Und dann zeige ich euch das Aussicht. Et voilà! Der leckere Zucchini-Snack ist jetzt fertig zum Servieren. Ich freue mich schon, es schmeckt sowas von gut. So, bitte liken und kommentieren, wenn es euch gefallen hat. Und diejenigen, die neu dabei sind, auf den Abo-Button drücken. Und seid dabei bei dem nächsten Video. Bleibt gesund, ihr Lieben. Eure Tati. Tschüssi. Jetzt machen wir eine Kostprobe. Das ist sowas von lecker. Das sieht auch gut aus. Einmal ganz nah.